Hallo Freunde! An einem kalten Herbsttag wurde ein winziges, hilfloses Kätzchen namens Boudicca in eine Tierklinik gebracht. Ihr kleiner Körper war mit schrecklichen Wunden übersät, die Folge eines brutalen Angriffs durch einen Hund. Das Personal der Klinik war entsetzt über den Anblick. Als sie Boudicca sahen, konnten sie kaum glauben, dass sie noch lebte. Ihr Kopf war verstümmelt, ihr Kiefer gebrochen. Die Tierärzte kämpften um ihr Leben und legten sie in einen Käfig auf der Intensivstation. Tage wurden zu Wochen und Boudicca erholte sich langsam, aber stetig. Das Klinikpersonal pflegte sie mit Liebe und Fürsorge und gab ihr Hoffnung auf eine Zukunft. Doch sie konnten sich nicht umhin, sich Sorgen darüber zu machen, wie sich dieses schreckliche Trauma auf ihre Psyche auswirken würde. Würde sie jemals wieder zu einem verspielten und unbeschwerten Kätzchen werden können? Würde sie den Schmerz und die Angst, die sie durchmachen musste, vergessen können? Zu ihrer Überraschung erwies sich Boudicca als wahre Kämpferin. Trotz allem, was sie durchgemacht hatte, verlor sie ihren Lebenswillen nicht. Mit jedem Tag wurde sie stärker und aktiver. Und dann, nach einigen Monaten, geschah ein Wunder. Boudicca war vollständig genesen. Die Wunden waren verheilt und ihr verspielter Geist war zurückgekehrt. Sie war nicht mehr das verängstigte Kätzchen, das sie zum ersten Mal gesehen hatten. Eine Familie, die von Boudiccas Geschichte berührt war, beschloss, sie bei sich zu Hause aufzunehmen. Sie gaben ihr ein neues Leben voller Liebe und Fürsorge. Sie erfüllte ihr Zuhause mit Freude und Lachen und wurde zu einer lebendigen Erinnerung an die Widerstandsfähigkeit und Seelenstärke. Dies ist eine Geschichte, die uns zum Nachdenken anregt, wie wichtig es ist, das Leben zu schätzen und Liebe denen zu schenken, die sie brauchen. Danke fürs Zuschauen, Freunde! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen hoch und hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank! Vielen Dank!